Ich würde Lieben gern alles zurücknehmen nachher, aber einfallslos kämpft er. Untertitelung des ZDF, 2020 149, Joey Bench, 1. SV Füße gegen Felix Mechner, Carsten Mouturino. Hinten ran! 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 Thanks! Geh hinten ran! Da hast du dich selber vergeigt, ja ja, ist so. Ich sag' da vom Vater Heinz, am 144, Richard, der Rückenbatter Markus, der Kirche, den Dachner Hoffmann, der Astrid Spaukünzling.